Der Ort Allensbach steht für Meinungsforschung. Mit dem Institut für Demoskopie, 1947 gegründet durch Prof. Nölle Neumann, ist die Entwicklung der Demoskopie in Deutschland untrennbar verbunden. Unter dem Motto Allensbach hat's, gibt es ein umfangreiches Kulturangebot von Jazz bis zu den Hofkulturtagen zwischen Stroh und Stall. Wenige Kilometer entfernt liegt auf 75 Hektar der Wild- und Freizeitpark. Mit Freigehegen für Bären, Wölfe, Bison, Schwarzwild und vieles mehr. Für die Kleinen fährt die Eisenbahn, gibt es eine Wasserrutsche, einen Abenteuerspielplatz, Riesenhüpfkissen und vieles mehr. Untertitelung des ZDF, 2020